Ronsack. Ronsack. Und das ist das Tor für Darmstadt. Skake, 28. Minute, Darmstadt, Ausrufezeichen, führt, doppeltes Ausrufezeichen, gegen die Bayern, dreimal Ausrufezeichen. Ohlilien, Ohlilien, Ohlilien. Pavlovich. Der macht jetzt Ronsack nach. Pavlovich immer noch. Pavlovich. Stark. Musiala 1-1. Nach acht Minuten etwa hat die Führung für Darmstadt 98 gehalten. Dann kommt Pavlovich und Musiala vollendet. Und da war mal kurz die Gelegenheit für Darmstadt, das Ganze anders zu bereinigen. Und hier geht es dann eben los mit Pavlovich, der stabil bleibt, gleich zweimal im Zweikampf. Da erst recht. Und dann Musiala. Ich sehe mich in der Endphase dieser... Ja, okay, ist da. 1-2. In der Endphase dieser ersten Hälfte wollte ich sagen. Und dann windet sich Kimmich draußen um seinen Gegenspieler. Und Kane macht Saisontour Nummer 31. 1-2. Das bedeutet nicht, dass man jetzt vor Freude aus den Schuhen springt. Offensichtlich. Kimmich gegen Hornsack. Und in dem Moment, in dem, ich glaube auch, da ist der Ball noch drin, sieht so aus. In dem Moment, in dem auch Holland wohl glaubt, da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen. Entscheidet sich Hornsack für die falsche Seite. Musiala. 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 1-3. Zweites Tor an diesem Nachmittag. Es ist einfach nicht zu glauben, wie der die Kugel am Fuß führt. Im Strafraum als Verteidiger wirst du verrückt gegen den. Müller reagiert schnell. Musiala in Position. Und der Rest ist dann... Genusslaufen. Musiala. Oh, schön. Einfach nur schön. 1-4 Gnabry. Sonne hier raus, Gnabry rein, 1 zu 4. Aber auch wenn es die Darmstädter Fans möglicherweise nicht mehr hören können, bitte Augen auf für Jamal Musiala. Was für ein Pass, was für ein Pass. Oha, 1 zu 5 übrigens. Das ist nun wirklich ein Tor der Marke, also es darf nicht fallen. Auch wenn man hier in den letzten Zügen liegt, Tell, fünftes Saisontor. Aber da war viel Klärungspotenzial drin. Seidel mit ein paar ganz guten Ideen nach seiner Einwechslung. Und da, zweites Tor Darmstadt. Wir kommen, wir kommen was geboten für unser Geld. Und auch wenn es natürlich an allem nichts mehr ändert, das ist natürlich ein anderes Aufhören, wenn denn jetzt gleich Schluss ist. Nochmal O'Lilien, freundlicher Applaus bei den Fans, ein Grinsen im Gesicht, fühlt sich anders an als Stille und 1 zu 5. Also 2 zu 5 vor bei Polter. Willenson. Zweite Saisontor. Zweite Saisontor. Zweite Saisontor. Zweite Saisontor. Weitere Saisontor. Ressort